Musik Ah, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Und hier sind ein bisschen Dino. Dino sind voll lustig. Ich möge ein Dino. Aber ich kann mir vorstellen, dass Dino sind fährlich. Fährlich und geh auch noch. Weil sie können springen. Nein, bitte nicht. Hilfe. Los, Angriff. Pilz, bleiben da. Gehen doch. Hüpfen und kaputt machen und kaputt machen. Und kaputt machen. Nein, mach ihn kaputt. Komm schon. Nein, komm du nicht. Hier bitte. Nein, auch nicht. Warum? Ah, das ist doof. Wir kommen nahe rüber. Hätte ich mehr Sprung haben müssen. Also Schwung. So. Oh, hier hoch. Ah, Pilz, bleiben da. Und hier hoch. Und machen kaputt. Hilfe. Nein. Schade. Wollte Feuerblume. Oh. So, der kleine. Und jetzt. Sicher, dass man da nicht reinkommt. Warum bin ich denn vorn da nicht reingekommen? Das ist ein bisschen sinnlos. Hui. Schade. Nein. Ich brauche diesen Safe-State da. Geht doch. So, hier rüber. Yoshi-Münze ist zwar ein bisschen sinnlos, aber okay. Hallo. Ich wollte die Feuerblume haben. Genau diese. Oh, eine Yoshi. Sehr gut. Oh, Blümchen. Wumpfst du her. Nein. Geh nicht lang. Geh nicht lang. Und eine Pilz. Und hier. Geh nicht lang. Geh nicht lang. Na komm. Blümchen. Kommen her. So, haben wir. Hier rein. Genau. Sehr gut. Und. Geschafft. Endlich mal wieder ein Level ordentlich abgeschlossen. Nach der Blamage in Folge von Letzte. Peace. Und eine Bonus. Und eine Bonus. Und wir kriegen wir auch noch. Hm. Hä? Was ist das denn? Ich springe durch die alle zusammen durch. Äh. Das ist doch ein bisschen. Juhu. Ein ganz. Ach. Spreng ich euch alle durch. Das gibt's doch nicht. Oh. Mario Ghost House. Nein. Was ist das? Nein. Hilfe. Oh. Hilfe. Hilfe. Ghostbusters. Mino. Los. Renn. Renn. Los. Ja. Das war klapp. Pilzi. Nein. Los. Pilzi. Ach. Geh doch mal weg. Du Arsch. Nein. Ach. Mein. Äh. Natürlich. Taucht doch da einfach so eine Lücke auf. Aber es geht ja eigentlich. Der Idiot da oben ist zwar ein bisschen dämlich, aber... Na gut, das haben Idioten irgendwie an sich. Hä? Ich bin doch gerade eben so darüber gekommen. So, und jetzt lauf. Was ist denn nun mit dir? Was ist denn nur? Jetzt, Sir. So. Den Pilz. Nein. Ach, Mann. Oh, ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Spiel allgemein, weil ich so schlecht darin bin. Jetzt rennt doch mal schneller. Haben nicht eine ganze Tag Zeit. Nein. Jetzt wurde ich bei Skype angeschrieben. Wartet mal. Das muss ich gerade mal nachgucken. So. Das muss ich mal nachgucken. Und jetzt nur noch hier irgendwie unbeschadet durchkommen. durchkommen. Vorsichtig. Eine Geist. Nein. Und durch. Was soll denn der Scheiß? Mal ganz im Ernst. Was soll der Scheiß? Mit den sich bewegenden Blöcken. Wer hat sich den Rotz ausgedacht? Gut. Da oben ist blockiert. Und da gibt es einen Geheimeingang, den man nur kriegt, wenn man Feder hat. Ich habe Feder. Oder wenn man sich den Kerl hier ranholt. Ich weiß nicht, wo es da besser wäre. Ich probiere mal den Kerl ranzuholen. Na komm. Na, Alter, nicht du. Der da. Richtig, du. Na komm. Na komm. Verheben, bravo. Kommst du? Yey. Haha, Beharrlichkeit nennt man sowas. Geheimausgang. 27. Wo führt das hin? Oder das war der richtige Ausgang? Äh, sorry. Ich glaube, ich entschuldige mich gerade selbst bei mir. Weil ich das Spiel jetzt hier nochmal, also das Level ich ja jetzt nochmal mache. Ach ja, warte. Jetzt hier lang laufen. Hier sanft spreche. Oh, das war knapp. Eine Beards. Was kommen die Geister jetzt eigentlich zurück, hä? Oh, das ist so affig einfach. Dieses Kack-Geister-Level. Ey, ohne Spaß. Passt. So. Jetzt hier. Hier lang laufen. Dann passiert da nichts. Sanft springen. Pilz nehmen. Hier runter. Hier rüber. Da passiert nix. So. Und hier durch. Und dadurch, dass ich keine Lust habe, das nochmal zu machen. Pig State ist auf der 1 schon. Gut. Dann save ich das hier jetzt. Denn ich bin Professor Xavier. Xavier. Nein. Gehst du weg. Was bringt mir das? Oh ja, ich muss wirklich da hoch. Alles klar. Das ist ja super. Hätte ich das mal gewusst. Ehrlich. Na komm. Na komm. Kommst du? Da bist du ja. Komm ich da jetzt hoch schon? So. Jetzt. Jetzt aber. Stopp. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Alles klar. Dann war das halt der normale Ausgang. Kann ich ja nicht wissen. Gut. Haben wir das Level halt zweimal gemacht. So. Gehen wir halt jetzt hier hin. Ich bin gespannt. Weiter diese komischen Dinos. Hier. Hier. The goal to collect. Our time remaining can change your progress. Can you find a special goal? Je mehr Münzen man kriegt. Mhm. Ich weiß gar nicht. Kann ich? Bin ich klug genug dafür? Na komm. Das muss jetzt nicht sein mit dir. Okay. Yoshi. Alles klar. Yoshi. Okay. Da komme ich nicht nochmal hoch. Mal gucken, ob wir das Spezialding dann in der nächsten Runde kriegen. Weil ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch kriegen sollen. Werden. Ja super. Jetzt ist auch noch Yoshi weg. Zurücklaufen. Ach. Aber es wird immer länger der Weg. Der Weg nach Vatania City. Wird immer länger. So. Düdüdüdü. Komm jetzt. La 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 la. Hier. Mortens Castle. Das waren noch gute Zeiten. Damals. Und ich erinnere mich noch an Lemmys Castle. Castle Castle ist mir relativ egal, wie man das ausspricht. Eigentlich ist es ja Castle. Oder? Castle? Ich glaube Castle. 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 Peng. So. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und fertig. Gibt es hier noch irgendwas? Hier gibt es Viecher. Aber ansonsten. Ansonsten gibt es da nichts. Den kann man essen. Weil der sehr gut schmeckt. Da können wir uns ein Leben holen. Hier können wir noch zwei Münzen mitnehmen. So. Dann ist das jetzt hier wieder so eine Stelle, wo ich extrem keine Lust habe. Das mal. Obwohl, hier ist es eigentlich nicht so schlimm, aber. Hä? Ah. Das ist also mit Special Goal gemeint. Wenn man da alle Münzen kriegt. Verstehe. Gewieft. Ein großes Lob an die Entwickler. Damit hätte ich nicht gerechnet. Auch wenn das meine Skills in diesem Spiel nicht wieder wettmachen. Weil die sind unter aller Sau. Das nützt auch nichts, wenn ich die Entwickler lobe. So. Münze. Münze. Oh. Münze. 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 Wo lande ich? Irgendwo, wo es Wasser gibt. Oh, Pilz. 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 Oder Leben haben wir noch nicht. Schade. Hm, was gibt's hier so? Power. Aha. Wenn ich hier nichts kaputt mache, wo lande ich dann? Ach so. Ist das jetzt das Secret gewesen? Das Secret oder... Oder nicht? Oh, das hat sich aber... Ui, das lohnt sich aber. Wow, 10. Geil. War das jetzt das Secret oder? Ne, war nicht Secret. Ich glaube, um das Secret zu kriegen, muss man in dem Dinosaurier-Ding auch alle Münzen kriegen. So, soll ich mal probieren? Was frage ich überhaupt? Ich bin doch schon dabei, das zu probieren, also... Ist jetzt auch so ein kleines bisschen zu spät, habe ich im Gefühl. Um euch das zu fragen, ob ich das probieren soll. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ja, Yoshi. Jetzt ist ja auch noch Yoshi weg. Na gut. Aber ich hatte doch alle Münzen. Oder nicht? Nein! Ach, scheiße. So, hier hinten gibt es doch nichts. Mano! Dann mache ich halt das. Mir ist scheißegal. Ich habe ja eigentlich von vornherein gesagt, dass es mir nicht darum geht, alle Secrets zu zeigen. Ich habe halt die mitgenommen, von denen ich wusste, dass es sie gibt, aber jetzt ist es mir ehrlich gesagt... Jetzt will ich nur noch durchkommen. Was schwieriger ist, als es aussieht. Ach ja, wir haben ja auch nur noch diesen doofen Pilz. Naja, besser als in die Hose geschissen. Das Ding kommen wir ran. Ja, natürlich. Was ist das? Oh, ein Pilz. Geil. Vorsichtig. Ja, nehmen wir mit, oder? Die eine Runde. Die kann ich jetzt auch noch entbehren. Hier kommt man dann wahrscheinlich... Oh, 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 oh. Wahrscheinlich durch. Geil. Ganz schön viel. So lustig. Finde ich wirklich lustig. Haben sie doch das Yoshi-Ding nicht gekriegt, aber... Nein, ein Fuzzi. Scheiß Fuzzi. Ich hasse Fuzis. Gut, jetzt können sie mir nichts mehr tun. Doch, können sie. Ach, Kacke. Das kotzt mich jetzt an. Ich dachte, ich bin klein genug, aber ja, das Ding nähert sich dem Teil, ja, ja. Ah, guten Tag. Na komm, mach mal hin, wir haben den ganzen Tag Zeit. Warum nicht? Haben ja noch 31 Leben. Na komm. Warum springst du da eigentlich runter? Habe ich nie gesagt, dass du machen sollst. Na komm. Da so ein bisschen Zeit sparen. Ich drück da immer zu lange drauf. Ich weiß, wie ich so ungeduldig bin, weil ich das zu assi finde. Ich hasse dieses Spiel. Auch wenn die Musik super ist. Die Musik ist so super, aber das Spiel ist so assi. Ich hasse es. Ja, jetzt ist der da. Vorhin war er weg. Ich begreif's nicht ganz, aber okay. Okay. So. Wenn ich hier jetzt rüber springe. Wo lande ich dann? Ah, da lande ich wenigstens am Safe Point. Wenn ich jetzt... Wenn ich Lust hätte, mir einen Yoshi zu holen, dann wäre die ganze Sache so easy. Aber ich habe keine Lust, mir einen Yoshi zu holen. Das ist das Problem. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Oder auch nicht. Ach, hier sind wir jetzt. Alles klar. Jetzt sind wir angekommen. Hi, 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 oh mein Gott. Alter, nein, 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 nein. Nein, komm. Jetzt holt ihr die Feder da raus. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Nur ich und du. Denn allem, was ich auch tue, Pokémon. Nein, warum gehe ich denn hier hoch? Ach, ich muss da hoch. Deswegen gehe ich da hoch. Ja, geil. Ich hätte da nicht hochgesollt. Sag doch ein Wort. Hättest du es mir gesagt, wäre ich da nicht hoch? Ich wäre da nicht hoch. Glaub mir. Ich wollte da gar nicht hoch. War nur verlockend. Ja, den nehme ich. Hilfe, 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 Hilfe. Gut. Dann halt zwei Runden. Gut, wenn er es sagt, gehe ich halt nochmal hier hoch. Das ist wesentlich lustiger. Und ich kann auch noch ein paar Leben kriegen. So. Vorhin ist volles Potenzial ausgeschöpft, aber besser als in der Hose gekackt. So. Da ist der Fuzzi. So. Ah. Ich glaube, da braucht man sogar Yoshi, oder? Ne, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Nein. Ich war richtig. Nein. Ach, Mann. Ich war richtig. Och, Kacke. Ich war doch richtig. Nein. Blöde Schokoladeninselland. Eland, also ist das ja... Moment, oh, Mann. Ich merke nicht, ne. Na komm, gib mir halt die Feder. Da habe ich mehr Spaß. So. Scheiße, das Ding habe ich vergessen. Und zurück. Juhu. Ich muss aber wenigstens noch bis zu der Burg kommen. Das könnt ihr auch sonst vergessen. Das wisst ihr. Na, ich will doch nicht hier ein nächstes Haus. Ich bin doch nicht ganz blöd. Die Topf-Secret-Area. Na, komm her. Jetzt aber. Jetzt wird alles gut. Jetzt kann ich mir auch den Yoshi holen. Also den. Den Flügel-Yoshi. So, hier war Ludwig vorbei. Und hier bei Wendy. Ne, das war Roy. Wendy ist wahrscheinlich hier. in der 6. So, einmal den. So, und jetzt schnappe ich mir ganz einfach den da. Ganz einfach. Den kann man jetzt auch nochmal auffrischen. Das ist alles gar kein Problem. Oh. Guten Tag. Das sind Fuzzis. Und da es sonst zu knapp werden würde. Da Yoshi schon so komisch rumgegluckst hat. Tausche ich das lieber nochmal aus. Und dann hier rauf. Und. Einmal den nehmen. Und hier rüber. Und leben. Und leben. Und leben. Und 30 Sterne. Und jetzt mal wieder ein verpacktes Minigame. Ja klar. Leck rum. Geil. Gar nichts. Cool. Schokolade. Schokolade. Das ist Schokolade. Sieht voll. Nicht nach Schokolade aus. Irgendwie. So ein bisschen. Das hat sich gelohnt. Das war der Einsatz des Jahrhunderts. Schokolade. 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 Ich möchte Schokolade. Hälfte geschafft. Schokolade. Doch die Schokolade. 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 Ei, ei, ei. Das war mir klar. Na komm runter. Schokolade. Nein. Idiot. Nein. Auf zur Top Secret Area. Juhu. Haupt Secret Area. Dann können wir uns ein Leben mitnehmen. Sag können wir uns. Warum sollten wir uns auch ein Leben mitnehmen wollen? Das ist ja langweilig. Ich habe ja sowieso schon kein Leben, weil ich auf YouTube und dann... lasse mir die Klischees mal sein. Guck mal, ein Kapador. Warte. Jetzt kommt das nicht raus. Da war das Kapador. Immer wenn man um die Brücke geht, kommt ein Kapador. Ja, ja, ich... Es ist ein Cheep, Cheep. Schön. Das ist ein Kapador. Da. Schon wieder ein Kapador. Da ist ein Nebulak. Also leckt mich. Das ist ein Kapador und Nebulak. Das ist ein Georock. So. Georock. Na komm. Jetzt haut er mal hier ab. So. Weg mit dir. So. Das müssen eine Feder sein. Das heißt, auf die können wir hier unten warten. Und das ist das Gute. So. Jetzt hier ran vorbei. Hier rüber. Hier rüber. Hier auf den Kerl warten. Dann gehen wir da lieber unten lang. Und jetzt hier. Und hier. Und hier. Hier so. Na komm. Geht doch. Georock. Ich würde zwar interessieren, was in diesen pinken Dingern drin ist, aber... Na ja. Guten Tag. So. Man, diese Rhinos, die sind immer die größte Herausforderung, die es gibt. Ja. Ja. Ich will es auch nicht. Ähm. Nein. Ich möchte doch endlich zu Wendy. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn? Ach ja, natürlich. Das sind diese fliegenden Butterbrote aus der Wanna Be The Guy. Äh, Tribute. Ja, bei Guy auch, aber... Aber wir kennen sie. Also zumindest... Naja, ich habe sie zuerst in Guy gesehen. Aber wenn ihr diesen Kanal hier verfolgt, kennt ihr sie aus Tribute. Das ist voll eklig irgendwie, die Suppe da unten. So. Fragt mich nicht, was ich hier mache. Ich blicke hier auch gar nicht durch, übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber... Boah, Junge. Monty. Was will Stor? Was will dieser Maulwurf? Da komme ich hoch, aber ich will Yoshi nie loswerden. Ach, da kommt man noch gar nicht rein. Dann ist ja alles gut. Aber außerdem kommt man da so hoch. Okay. Na, 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 na. Oh, das ging sogar. Ich habe zwar nicht durchgeblickt, aber es ging. Oh, hallo Stachy. Hallo Stachys. Okay. Ich begreife es zwar nicht, aber alles klar. Den nehme ich einfach mal mit. Und spucke ihn da hin. Damit wir hier rein können. Ja, das hat sich gelohnt. Ich dachte, ich springe wieder dran vorbei. Naja, ein Leben. Besser als in die Hose gekackt. So. Fragt mich bitte nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin einfach Pro-Gamer oberster Stufe. Und hier sind wir bei Wendy's Castle. Wendy. Nein, nicht solche Teile. Die hasse ich immer. Hilfe. Okay. Kacke. Das nehme ich. Nein. Ich dachte, ich stehe weit genug. Spring doch. Spring. Spring. So. Hallo. Top Secret Area übrigens. Warum? Ich muss wenigstens noch Wendy machen. Sonst fühle ich mich schlecht. Außerdem weiß ich sonst nicht, wie ich die Folge betiteln soll. Also, Wendy. Ahoy. Na, das war ein Fehler. Egal. Baba-Kopf neue. Mal hier. So. Mal hier raus. Und einmal zurück. Ach ja. Hallo, Lemmy. Kann sein, dass dann Larry der Letzte ist, der uns fehlt? Ich wusste gar nicht, dass Larry die Nummer 7 ist. So. Nö, 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 nö. No, Troy. Na komm, wir haben nicht ganz Tagzeit. So. Einmal hier. Einmal hier. Hier hoch. Hier rüber. Natürlich. Spring einfach über dein Ziel hinaus. Genau das war das, was du tun solltest. Nichts anderes. Hilfe. Voll Schiss. So. Was ist das? Was ist das? Gar nichts. Okay. Nicht lustig. Na komm. Jetzt aber. Äh. Wo kommt der her? Alter, warum bitte? Warum? Warum? Mö, 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 mö. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, was schneller ist, ich glaube, der andere Weg, also, über Lemmys Castle ist das, glaube ich, schneller. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich weiß es nicht. So, jetzt bitte eins, zwei, zwei, ich könnte jetzt zählen, aber nö. Da war übrigens wieder ein Kappador und da sind wieder Nebulak. Und weiter geht's. Zumindest sagen wir, sagen wir einfach mal, es geht wieder hier rein. Natürlich. Ich dachte, ich bin mal ein bisschen risikofreudig und was lernen wir daraus? Risikofreudigkeit ist scheiße. Nein, mach doch nicht so einen Scheiß. Oh, Mann. Ich wollte, dass der absetzt und nicht, dass er sich so scheiße dreht. Ach, Gott. So. Wir sehen uns gleich bei Wendy wieder, weil ich ehrlich gesagt habe, so keiner Lust hat. Außerdem würde ich nicht, dass die Folge wieder so lang wird, sonst brauche ich wieder acht Jahre zum Hochladen. Bis gleich. Leute, das ist so arschschwierig. Ich kriege das, glaube ich, nie hin. Wer ist da? Ah. Ich habe jetzt hier schon mit Safe-States gearbeitet, aber das ist einfach so affig schwer. Oh, Mann, ey. Und ich brauche diese Fäder. Ihr werdet sehen, warum. Ich lande da aber immer drinnen. Immer aufs Neue. Jetzt bin ich sogar zu blöd, um den Yes-Button zu erwischen. Ja. Guck mal, jetzt sind wir aber schon bei der Hälfte. Immerhin. Ich dachte, ich dachte damals wenigstens doch, dass man dann durch ist. Aber nein, man ist nur bei der Hälfte. Die Hälfte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, natürlich. Mann, fick dich doch selbst. Ah, ja, jetzt bin ich wieder hier. Stimmt ja. Nein, du bist so affig. Du bist so scheiße. Ich muss aber Wendy besiegen. Ich war da doch nie im Leben drin. Ich hasse dieses Spiel. Kann ich nicht nochmal bei Cry of Fear den Zug nach oben laufen? Weil das weiß ich nämlich jetzt, wie es geht. Das hier weiß ich nicht, weil es einfach nur arschschwierig ist. So, jetzt bitte einmal. Safe-State. Ja, please. So, und nochmal. Und jetzt komme ich hier rüber und kann hier hoch. Und dann dahin. Und kann dann dahin, um dann diesen Knochen trocken umzulatzen, damit es laggt, weil hier viel zu viel los ist. Um dann in den Abgrund zu stürzen. Genau das ist mein Plan gewesen. Gut, dass wir den genau durchgeführt haben. Du musst dich nach rechts lenken, wenn ich auf rechts drücke. Das ist... Das wäre ja... Oh, Mann, oh, das ist ich doch kacke hier. Ich hasse Wendys Castle. 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 Kackwurst. Und dann fällst du runter, weil du auf B gedrückt hast, du Idiot. Du musst nicht springen. Nein. Nein. Warum solltest du springen müssen? Nein, nein, du musst nicht springen. Alles gut. Ich begreife es ganz ehrlich nicht. Wieso kriege ich manchmal keinen Schaden und manchmal Schaden? Es ist mir rätselhaft. So, rätselhaft Befehl. So, jetzt kommt hier nochmal einer. Eigentlich dachte ich nicht, dass ich das so bald dann gleich nochmal machen darf, aber... Das ist Aki. Das ist Aki. Ich begreife es ehrlich nicht. Manchmal kriege ich... So. Ich muss hier leider das einmal gewähren lassen, weil ich habe es zwar einmal geschafft, aber ich bin ehrlich gesagt skeptisch, dass die ganze Sache... Mal ganz im Ernst. Das hat man gesehen. Da war ich niemals dran. Normalerweise erzähle ich das ja einfach nur aus Scheiß, dass ich da nicht dran bin. Aber obwohl ich doch dran bin. Das sieht man. Wie vorhin bei dem Spike-Ding. Das hat man gesehen, dass ich da dran war. Ich habe mich trotzdem darüber beschwert, aber hier war ich wirklich niemals dran. Nie. Oh, ich bin bei Wendy. Ja, Leute, Leute. Wir haben es geschafft. Und Wendy selbst wird jetzt ein bisschen leichter. Ja, ja, komm her, Wendy. Habe ich nicht gerade irgendwas von leicht erzählt? So, Nummer eins. Klar, natürlich. Warum auch? Warum solltet ihr da auch weggehen? Guten Tag, Wendy. Guten Tag. Ich wollte da in der Mitte durchspringen. Hat nicht ganz so gut geklappt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Hallo, Wendy. Auf die Seite komme ich nicht so schnell. Das kriege ich hin. Boah, Wendy, die alte Sackfalte. Ich habe es geschafft. Danke. 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 Mach aber weg. Weg. Einmal wischen und schon ist es weg. Wenn die O-Koopa im Kessel Hashtag Six hat sang her last song Mario must meet the challenge that is now before him there is a sunken ship that appears to be a gateway to the valley of Bowser. Continue safe. Das will ich noch machen. Oh, cool. Lustig. Okay, dann halt da runter. diese abgewandelte verlangsamte junge du hast nicht so viele geister auf einmal auf mich schmeißen du hast eine macke du hast doch echt eine macke freunde habt ihr eine macke habt ihr ein rad ab so viele geister auf einmal er tickt doch wohl nicht mehr richtig ich wusste dass das level zu einfach ist meine fresse was mache ich erstens kann ich mir das holen und zweitens ein ersatz fehler so ich will noch das level machen wenn mich das doch interessiert wie immer auch von diesem wasser zu bowser kommen sollen wir können zwar zu bowser das ist gar kein problem wir können theoretisch schon von anfang an zu bowser oder mehr oder weniger von anfang an seit wir diese sternrouten haben und das ist die zweite folge gewesen da könnten wir theoretisch zu bowser leute leute geht mal beiseite ihr dämlichen geister soweit wie ich da von joshi nach oben gebombt werde so kann ich euch gar nicht ausweichen und ich freunde ich mach das doch nicht ich mach das in der nächsten folge alles gut das ist so assi ich will das spiel nicht mehr spielen aber sind zum glück nur noch zwei folgen bis zur nächsten folge freunde ciao